Ich denk mir am Anfang schon so, wieso rastret Rayon grad nicht aus, weil Steinmagen mich getötet hat. Ah, ja, ok. Ja, ich dachte nur so, soll ich's ansprechen? Nein, 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 ich geh zum Aufzug, ich hab nichts gesehen. Hat dich das wirklich gewundert, Chris? Im ersten Moment? Haben wir jetzt eigentlich einen Traitor oder mehrere? Zwei Traitor. Zwei Traitor. Was ist das denn eigentlich für eine Waffe? Nein! Du böse Pony! Nicht schon wieder! Ich komm wieder mit. Nein, nicht wieder! Aber lass mir wieder einen HP, das reicht. Boah, er hätte schon auf dich geschossen. Nein, Anonymous. Pfui, geh weg. Ich bin doch Traitor, du musst mich vertragen. Ich schau gerade aus dem Fenster da unten. Guckst du nicht, um Dreckig zu sein? Ja, ich weiß, er schießt. Er schießt. Ich hab gerade auf das Fenster geschossen, alles klar. Rayon hat's gesehen. Geht da was? Nee. Aber ich hab mir das... Ich schießt Rayon aufs Fenster. Ah! Ich hab keine Munition. Chris! Ciao. Ich muss sagen, aber die Kopfschusswahrscheinlichkeit... Nein! Rayon! Ich bin mit Chris im Aufzug. Ich bin mit Chris im Aufzug. Ich bin mit Rayon im Aufzug. Ich bin mit Rayon im Aufzug. Ja! Halt darauf, woher zu reden ist Rayon. Rayon, du stehst still. Bist du gerade im Traitor-Shop? Ich stehe nicht still. Ich versuche dich anzuvisieren. Ich vertraue dir kein Stück, Alter. Ah! Ah! Ich vertraue dir nie mehr, wenn du mich jetzt erschießt! Scheiß mal! Ja, wenn ich aufhör zum Reden ist Rayon, ne? Ah! Hä? Über uns ist was. Ich hab nicht mal Munition, guck mal! Scheiße! Wo was... Was? Das hier... Das hier ist... Stockwerk ist ne Sackgasse. Außer für Traitor. Chris! Wenn du mich jetzt erschießt, ne? Ich hab keine Munition. Du weißt schon, dass bei dir deine Waffen in deinem Bein verschwinden. Trotzdem hörst du das Klicken nicht? Oder höre nur ich das Klicken, wenn ich mit keiner Munition bin? Ah. Kannst du mir mal die Flasche höher schießen? So. Damit man nicht dich frisst. Ah, das gibt's doch nicht. Steinmann, geh weg! Yumi? 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 Wieso läufst du mir nach? Ich verfolge Yumi jetzt. Yumi? Was machst du eigentlich? Hallo! Vorsicht! Ich hab ne Blume! 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 Und irgendwo wurde ein Lockdown gemacht. Ich weiß nicht. Aus dem Steinmagen? Ja. Okay, ne das war nicht bei euch hinten. Ich hab ne Blume! Wir könnten ja mal alle Traitor fallen. Hallo! Alter! Was macht ihr hier? Wo ist meine Blume? Hallo! In deinem Arsch! Hier liegt deine Blume! Hi Chris! Hallo! Du weißt, was ich damit mache? Ich werfe ne Discomboleiter auf die Blume! Nein! Die arme Blume! Hier eine Flasche, bitte trinken! Oh oh oh! 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 Ernsthaft! Ernsthaft! Oh! Dein Mark, geh weg! Hier ist Blut auf dem Boden! Ah! Und sag aber! Ich hatte gerade ne Blume in der Hand! Geh weg! Unser Streamer ist ja ständig ruhig! Hier liegt Blut auf dem Boden! Und ne Blume! Wo ist Chris? Chris lebst du noch? Chris! Toll! Toll! Ich weiß ja nicht, wie ich vertrauen soll! Ich geh zur Schildkröte, der vertraue ich! Der Schildkröte vertraue ich! Die ist cool! Die ist voll innocent! Ja geil! Ich hab auch noch was! Warte, wer war jetzt Rayon und Yu? Ja! Ich hab Küls getötet! Gut, dass ich Yu mir nicht verkraut hab, war ne gute Entscheidung! Ich hab irgendwie das Gefühl, ich bin immer der... Ich bin nicht Traitor, bitte! Aber Rayon, hast mich bitte umgebracht! Meine Leiche ist einfach instant verschwunden! Ich wollte eigentlich noch auf jemand anderen da schieben, weil jemand daneben gestanden ist, aber dann hab ich dein Leiche nicht gefunden, dann hab ich noch schnell darauf rumgeschwenkt! Der Leiche hat sich einfach in Luft aufgelöst, in dem Moment, wo ich gestorben bin! Womit hast du mich bitte umgebracht! Mit nem Boomerang! Boomerang! Ich bin wieder Traitor, ne? Also, was kennt man denn? Rayon hat's ja jetzt ne ganze Zeit lang nicht bewegt! Nein, das ist ein... Oh! Das darf man! Rayon! Ja! Chris, ich bin hinter dir! Was ist da? Ich entschärfe mal die Tür! Gott! Ich geh einfach weg! Tür ist entschärft! Ah, okay! Siehst du? Ein Traitor würde die Tür nicht entschärfen! Sonic! Was? Was? Ein Traitor würde die Tür nicht entschärfen! Naja, um nicht auszufliegen, würde das sogar ein Traitor tun! So, wieso kann man das machen? Mit der Traitor, dass man nicht öffnen kann von der Ferne! Ah, okay! Sonst könnte er es doch von der Ferne öffnen, wenn ich hier daneben stehe! Wenn ein rotes Licht bei der Tür leuchtet, die Entriegelung kann von Traitor geöffnet werden! Leute, hier sind mir eindeutig zu viele Menschen! Ja, ey! Hier vorne! Hier vorne! Guckt mal! Davon ist der! Davon ist der! Davon ist der! Die Schildkröter! Hier ist die Schildkröter! Hier ist die Schildkröter! Guck mal! Schildkröter ist tot! Sie haben Schildkrötensuppe! Hier die Schildkröter! Halt von! Achtung! Ich schieße gleich auf einen Monitor! Ich habe einen Monitor getötet! Was ist passiert? Der durch die Wand geflogen ist! Alles klar! Er schießt! Kann ich den Klaas für Schild zerstören? Nö, kann ich nicht! Oh, hallo! Bring, bring, bring! Hey, ich sehe das mir aus! Geh weg! Dein Magen! Ja! Oh Gott! Los doch, Mann! Ich höre die Lüge führen! Ich mache das nur um dich zu ärgern! Ich glaube der Traitor hat gerade die Lifthüren aufgemacht, kann das sein? Ne, kann nicht sein! Okay! Weg! Ich habe die jetzt seit einer halben Stunde niemanden mehr gesehen! Wo seid ihr denn alle? Also ich campe mitten im Flugzeug bei den Kabinen und habe auch niemanden mehr gesehen und ich campe hier einfach weiterhin, bis ich jemanden sehe! Oh mein Gott, da ist Sarah! Was? Komm ich hier rein? Ah ja! Ne, komm ich verhalten! Du kommst hier nicht rein! Nein! Was ist hier? Hier war ich ja noch gar nicht! Ah! Kacke! Ich glitsche auf dem Buch rum! Nice! Okay, gut! Ah! Weg mit dir! Weg mit dir! Alter Scheißbuch! Das Scheißbuch! Jetzt bin ich auch hier! Und Steinmagen auch! Okay, ich bin hier weg! Ah! Ich bin nur ins Bett! Du ist aber wirklich... Oh, hier ist ja noch jemand! Diese ganzen Menschen! Steinmagen! Steinmagen! Ein Magen! Steinmagen! Oh! Oh! Verdaust du Steine oder bist du auch Steine? Eigentlich! So viel... Kann durcheinander essen! Als hätte ich einen Steinmagen! Wer schießt da? Ich hab grad auf nem Monitor auf ne Bierflasche geschossen! Okay! Gut! So lange du nicht schweißt! Du hast ne Bierflasche getötet! Ja! War kein Bier! Ah! Du auch... Steinmagen! Oh Gott! Oh! Hi! Was geht ab? Sonic! Äh... Ich lauf hier ein bisschen rum! Super Sonic... Nein, wie war das denn? Äh... Negasonic Teenage Warhead! Ja! Ja! Dir ist klar, dass ich dich jetzt erst schießen muss, oder? Wieso? Das war doch ne Granate, die nix macht! Hallo! Ja, ja! Ein Discombielater macht nichts, ja! Das ist ein Discombielater, nicht schrecken! Der schleudert dich nur weg, aber gibt dir keinen Schaden da! Außer du fällst dich vom Hochhaus! Ja! Er schleudert... Dann schleudert er dich trotzdem nur weg! Er gibt dir keinen Schaden! Ja, das stimmt! Ich hab Angst vor alles, was rumliegt! Vor alles? Du hast Angst vor alles! Nicht rumlaufen! Ah ja, okay! Ich wollte nur gucken, wenn man die Tür kaputt machen kann! Vielleicht! Hallo? Okay! Lebt überhaupt noch jemand? Ja! Gut, dass du fragst! Komm ruhig her! Damit ich sterben kann, oder was? Vielleicht? Wo vorne sterben! Obwohl doch, ich komme! Meine, meine, die macht wirklich ein Ding! Ich sehe einfach niemanden! Und ich habe das Gefühl, ich führe Selbstgespräche! Ich bin, ich sehe nur ein Ding! Ich sehe einfach nur eine neue Loseristin! Ich sehe einfach nur eine andere Momentein! Ja, ich sehe einfach nur für uns! Ja, der hat mich basiert! Inhalte, Sie haben auch eine andere Union! Und also ist das ein Ding! Wir laufen nicht an Sie, was aber auch nochmal an Sie! Ja! Ja, sie werde ich mich abwecheln! Es geht nicht an Sie! zu ruhig. Gäbst du nicht? Da ist jemand noch da drin. Ja, komm ruhig. Ach, na endlich. Alter. 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 Ich dachte schon, ja, fünf Camper. Hier. Alle am Camp. Okay, ich bin hier schon mal weg, ne? Ach, dramatischer. Kann ich mal wieder Traitor sein? Ich war heute noch nicht. Ah! Darf ich mal wieder Endo sein? Ach ja, ich bin Endo. Tür offen. Oh nein. Yumi, pass auf. Oder vielleicht was? Yumi gibt. Yumi ist draußen. Yumi ist rausgekippt. Ciao, Yumi. Alter, wie ich sie rausgezogen habe. Geil. Kann man die wieder zumachen? Äh, glaub nicht. Weißt du nicht, wie es geht. Oh, oh, oh. Alter, wie ist das? Nein. Du bist aber sehr in der Nähe davon, ne? Ja, geh mal ran. Ich glaub, das sind ganz bunte Sachen. Lass mich nicht richtig schon umbringen. Nein, nein, ich bin dein letztes Pony. Du bist der Einzige, der hier ist und du freust dich. Yumi ist rausgeflogen, da freue ich mich natürlich. Das hat nichts mit Traitor sein zu tun. Ne, wie geht der trotzdem mal hinterher? Einmal, weil ich es kann. Weiter gehst, bist du tot. Oh. Okay, wer hat hier grad den Orbital Drunken benutzt? Ich bin's nicht, hoffentlich weiß ich. So ist es. Ah, na, wa? Tut mir leid. Das war ich. Hat mir Angst gemacht. Zu viel Angst. Was war das denn? Das war der Homemade-Video. Wenigstens eine schnelle Runde. Tut mir leid, Frank. Tut mir wirklich leid. Sorry, Yumi übrigens. War der Tod jetzt eigentlich begründet? War das random? Yumi war übrigens das zweite Traitor. Du bist halt da, du freust dich, dass die eine gestorben ist. So bin ich. Ja, aber du bist halt auch ein... Ach so, das wusste ich nicht. Ich bin anders. Wob mich nicht. Ich wurde so geboren. Ah, gesichert. Die Tür ist gesichert. Die Tür ist gesichert. Dann gehst du einfach nicht weg. Ich will doch nur kuscheln, guck mich an. Ist das verwerflich bei meinem Skin? Für ein Nick. Kuscheln. Mit dem Skin. Alles klar. Yumi, wo gehst du hin? Ich verfolge dich, Yumi. Ich verfolge dich. Also wenn ihr bei Google My Little Pony ein Kuscheln eingibt, kommt ganz obszöne Sachen. Ich geh da nicht rein, Yumi. Ich weiß, dass ich da nicht mehr rauskomme. Bin ja nicht blöd. Ich hab ne Schildkröte gepötelt. Es gibt's super. Hey. Ich verfolge mal jemanden. Ganz spontan. Hä? Yumi? Ah, da bist du. Yumi, du bewegst dich nicht. Bist du etwa ein Traitor-Shop? Wahrscheinlich. Du hast übrigens deine Waffe in deiner... Ich bin weggewegt. Ähm, Angst, dass es bei dir jetzt juckt. Du trägst deine Waffe in deiner Wagen. Ich tue alleine. Ich hör's nur Piepen. Nein, bei mir piepst es nicht. Das kommt aus deinem Kopf. Ich glaube auch. Würde mich bei deinem Kopf nicht wundern. Was? Du bist der Miesi. Oh, sie hat ja alles. Ist ich wieder alle tot, oder was? Ein Miesiks, look at me. Wenn ich traitor bin, lass ich mir wenigstens drauf. Auf mich Steinmagen. Yumi und Steinmagen. Yumi und Steinmagen. Sicher? Ich glaub nicht. Ich trink mir wahrscheinlich. Geh weg. Peace. Ich geh jetzt ganz vorsichtig hier durch, okay? Geh nicht da vorsichtig. Sind alle glücklich. Er folgt mir nicht, okay? Das ist schon mal sympathisch. Geh weg, geh weg. Ich trau dir nicht. Ich trau niemanden. Also mich verfolgt schon mal niemand. Ist die Tür noch in... Die Tür ist... Die Tür ist gesichert. Achso jetzt. Lebt denn noch jemand? Also unten liegt schon mal Chris tot. Ja, ich bin... Ich bin noch da. Ja und Traitor. Nein, ich bin eh nur. Sagen sie alle. Stabier mal Traitor rückwärts. Das sollte gehen gerade. Ich falle jetzt auf alles, was sich bewegt. Oh, ein Schmetterling. Geh weg. Kerschüsse. Das war ich. Nein, das war nicht ich. Nein. Ich hab auch Schüsse. Jummi! Was ist doch? Silko? Ich bin der Shooter King. Ich bin der Shooter King. Ich bin der Shooter King. Ich bin der Boss im Internet. Hast du das, kleines Pony? Ah. Alles klar. Ja. Und das war's. Alter. Das war grad die Drachen-Gott-Bombe. Ich hab doch gewusst, dass ich den kenn. in die Stimme. So. Bin ich jetzt gespawnt? Hä? Bin ich jetzt gespawnt? Ich fühl mich wie so'n Rentner. In nem Arsch der Welt gespawnt. Ja, du musst jetzt grad erst mal zehn Waffen wegwerfen, bevor ich ne M16 hab. Wo sind die Waffen? In deinem Arsch. Dahinten sind die Waffen. Dahinten ist dein Arsch, Rayon. Dahinten ist dein Arsch. Hallo Pony, darf ich... Nein, das frag ich jetzt nicht. Frag, ich bin gerade so offen. Was? Ich möchte mal reinkommen. Wo bist du hier? Ich bin der alte Mann hier. Ich lass mich nicht von alten Männern reiten. Weh. Ach. Das ist das, ne? Okay, das hat der Ende der Aussage. Ich bin für vieles offen. Vorsicht, die Tür ist auf. Hilfe. Lass mich durch. Weg. Wer hat sie aufgemacht? Weiß ich nicht. Geh weg. Du wahrscheinlich. Nein. Doch. Was hätte ich dich doch bestimmt nicht gewarnt. Ja. Du süßes kleines Ding. Oh. Nein. Ich bin der Defi. Ich bin der Defi nicht. Du musst meinen Traitor-Kollegen wieder beleben. Ich bin der Defi nicht. nicht. Wieso ich flüchte? Ne Ahnung. Ah, da. Defipidator. Ah, ist das nicht schön. Was kann ich mir noch? Darf ich mal ganz kurz was fragen? Äh. Ja. Krieg ich die Tür auch wieder zu? Oder? Ne kriegst du nicht. Okay. Man kann trotzdem vorbeigehen. Ja? Oder lügst du jetzt? Aber du darfst nicht zu nah dran. Lügst du? Bist du Traitor? Ja. Und ich werd gleich rausge- Ja. Aber ich komm nicht. Halt. So, wen wieder beliebe ich denn? Ah, da. Rayon. Das ist Target-Lust. Invalid Target. Kacke. Ah, dann kann ich nur Traitor wieder belieben. Okay. Ja, alter faltige Mann am Tanzen. Ich hab das Gefühl, es spielt keine Rolle ob ich Traitor bin oder nicht. Ich hab immer von Traitor getötet. Ja, sind ja geile Runden. Ich will Traitor mal wieder sein. Ja, ist das geil, wenn man Traitor ist. Niemand kommt hier raus. Niemand kommt an mir vorbei. Niemand kommt... Okay. Vergesst du das? Boah. Da ist grad irgendwo ein Disco hochgegangen. Das war nicht ich. Nein, nein. Guck mal hier. Hallo. Hallo. So, liegt hier noch irgendwo ein Disco? Oh, sorry. Das war ich. Die wollte ich wegwerfen. Oh, das ist Incendiary. Achtung, Incendiary. Oh, in der Smoke. Incendiary in der Smoke. Entschärfen wir wieder die Tür? Hier ist keiner was. Die Tür ist nicht entschärft. Schon entschärft. Ah. Sicher? Sieht die so entschärft? So, jetzt ist sie scharf. Jetzt... Also jetzt könnte ich sie aufmachen, meinst? Jetzt ist sie entschärft. Nein, Chris. Nein, Chris. Denk nicht. Mach sie auf. Ich steh vor der Tür. Mach sie auf. Soll ich wirklich? Gut. Jetzt hätte ich sie aufgemacht. Aber dann wolltest du sie ja nicht. Geh weg. Will Chris? Ich halt wieder... Ja, ich warte hier auf den Lift. Ah, gut. Lift. Dein Magen. Ich will auch mit rein. Ich will auch mit rein. Äh, ja, zu spät. Mann. Hm. Seid ihr nach oben gefahren oder nach unten? Wieso ist da... Wieso ist da... Wieso ist die Decke vom Luft offen? Ist die immer offen? Da in Magen. Ähm. Seid ihr nach oben gefahren oder nach unten? Also rein aus dem Terresse, die Frage. Was? Seid ihr nach oben gefahren oder nach unten? Nach unten. Hä? Die sollen wir noch weiter rauf als oben. Sicher nach unten? Seid ihr noch im Lift? Also rein aus dem Terresse. Nee. Ja, ja, genau. Nein. Mit dem Thomas auf Drift oder was? Ja, natürlich. Ich mein... One-Shop-and-Kill. Bang, 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 bang. Sonic. Ja. Pfui. Ich komm nach unten, ne? Du schiechst mich hin. Du schiechst mich hin. Hat das nicht Sinn? Nein, hat nicht. Ich tu es rausgehend. Hey, hey, hey. Meesix, bitte. Hi. 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 Ich bin... Da ist ne Tür, da will ich du hin. Wenn ich habe... Ist dein Magen? Dann war das Mr. Meesix. Nee. Okay. Das ist der Raum, wo ich nicht rauskomme. Ich geh mir den Mr. Stein mal. Mr. Meesix. Ich brauche jemanden, der Mr. Meesix tötet. Soll ich? Der was? Ja, jemand, der Mr. Meesix tötet. Mr. Meesix tötet. Mr. Meesix für Mr. Meesix. Nein! Achtung, ich schieße. Auf wen? Auf ne Melode. Hi. Hi. Hier hast du ne Aktentasche. Nein, danke. Ich habe Aktentasche. Okay, gut. Dann nehme ich sie selbst mit. Okay, wie gebe ich sie dann? Hi. Da drüben würde irgendwo ein Turret aktiviert. Ein was? BZ. Hinten bei dir würde ein Turret aktiviert. Das habe ich gehört. Ab Alarm. Du hast ne Shotgun. Du könntest mir gerade einfach einen Headshot geben. Erschieß ihn. Erschieß ihn. Achso, du bist auch hier. Hier ist die Tür zu. Erschieß ihn. Ich könnte euch jetzt erschießen, aber ich mache es nicht. Ja. Weil ich kein Traitor bin. Dein Held. Erschieß ihn. Seid ihr bitte. Okay, hier ist doch kein Turret aktiv. Wo ist hier ne Turret? Erklär mir das. Ich will das wissen. Überall, wo so schwarze Böcke an der Decke sind, sind Turrets. Solche machen wir. Das sind Feuerlöscher. Geil. Okay, die Twins sind noch. Au. Dein Magen. Dein Magen. Geh mal weg. Ich geh mal weg. Hi Rayon. Nein, ich bin nicht da. Geh weg. Du kommst hier nicht raus. Ernsthaft. Hallo. Du bist hier weggefangen. Hallo Freunde. Alter, ich bin Schwester. Oh oh. Aus welcher... Rayon. Was war das? Geh weg. Ja, Rayon war Traitor. Ich habe einen Traitor getötet. Ich bin confirmed. Wo? Steinmagen. Fuck. Ich wollte noch einen Bumerang umswitchen. Warte, aber ich habe den nicht getroffen, mein Bumerang. Ich hatte schon Bumerang in der Hand. Ich hätte gerne einfach eine größere Map. Das wäre ganz lustig. Dann nehmen wir was geiles. Ja. Das klingt groß. Skylands ist tatsächlich groß. Was? Wo ist das? Slenderman geht ja auch. Ich finde es nicht nochmal so eng. Das ist MC Slenderman. Minecraft Slenderman. Minecraft Slenderman. Wo ist denn? Skylands. Skylands grad nicht. Egal. Dann nehmen wir Minecraft Slenderman. Oh Gott.